Junge, was geben die... Waaah... Oh, lol, ich hab... Ich hab beide, easy. Nein, scheiße! Nochmal ein ganzes Glas, ich hasse mich. Wie viel musst du jetzt wegen... Meine Flasche ist einfach schon fast leer, ich hab 5 Kills grade gemacht. Okay, Leute, ähm, herzlich willkommen zu eurem gediegenen Video. Mal wieder mit der Dauerfrost, weil ihr müsst wissen, wir nehmen dieses Video gerade nach dem Behinderten-Badrost-Video auf. Deshalb wird dieses Video dementsprechend auch behindert, schätze ich mal. Aber... Sehr behindert, weil ich gerade keine einzige Kiste finde. Also, erhofft euch also nicht so viel von diesem Video, ne? Aber auf jeden Fall, äh, erklär ich euch jetzt nochmal, was wir heute machen. Wir machen die... Wie heißt sie nochmal? Verdurste nicht-Challenge. Das heißt, nach jedem Kill, oder jedes Mal, wenn wir auch sterben, äh, müssen wir ein halbes Glas Wasser trinken. Ich glaub, das geht irgendwann ganz schön auf die Blase. Ich hab ein bisschen Angst, mich einzuscheißen, oder zu missen. Kann natürlich passieren. Das Ding ist, ich hab... Ich hab grad gar kein Wasser da, aber ja moin. Ja, viel, gut. Dann hol dir mal bitte schnell welches. Ja moin, warte. Ich komm gleich. 5 Sekunden. Vor allem du so. Ja moin, warte. Oder mehr. Oh man. Ich hab zum Glück ne Flasche Wasser hier. Ich trinke einfach so in etwa dann immer ein halbes Glas, ne? Während der Dauerfrost jetzt hier weg ist. Keine Ahnung, was ich dabei machen soll. Ich schätz mal, das würde ich eh ra... Oh Gott, ich sterbe. Ah ja, okay, ich komm zu dir. Ja, ich bin tot. Danke dafür. Ach, Alter, wieso hat der denn ein Dierschwert? So, ob du gegen den verloren hast? Ja, lol, der gibt voll die krassen Hütte. Ja, ach, nee. Ich hab schon, der... Ah, Hilfe, Hilfe. Komm, das Geiles, ich nehm mal auch noch Sprudelwasser her. Dann ist noch was. Wenn dir schon mal ein Wasser, bitte. Ja, mach. Oh, oh. Blähungen im Knie. Ich seh's immer so beim Todes-Screen, wie du so runterfällst. Ich denk mir so erbärmlich. Ich hab gekämpft und du fällst runter. Also erstmal ein halbes Glas Wasser hier. Oh Gott, also ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ah. So ungefähr vier Schlücke müssten das sein, glaub ich. Ich hab's mir einfach schnell. Ich bin da so in der Auflaubs- Oh, uuuh! Nicht? Yo. Ja, safe. Safe. Wie? Ja, renn in meine Richtung. Renn in meine Richtung. Ich hab halt drin. Oh Gott, lag ist grad bei mir. Zwischen. Äh, kommst du? Ich bin auf der anderen Seite der Insel. Aha. Ah, vergesse. Ey. Ey, ich setz mich so zweimal rein. Einmal reicht nicht. Holder. Äh. Ja, es wird schwer. Ja, okay. Ich komm von der hinteren Seite. Du von der vorderen. Gönnung. Wetten, wir werden beide sterben. Ah, ich könnt hier Hilfe gebra... Okay, ab. Er ist einfach runtergelassen. Was? Der hat noch ein halbes Herz. Was hatte der bitte? Loll, ich muss mir... Ich muss drei Schl... Ich muss drei halbe Gläser grad trinken. Ich hab drei Kills gemacht. Ich hasse mich selbst dafür, dass ich so scheiße gut bin. Ich bin einmal gestorben. Du hast keinen Kill? Nein. Junge, warum bin ich so gut? Warum? Alter Scheiße, man. Mir geht's so beschissen gerade. Ich würde mich am liebsten gerade vergraben. Vor allem, das Geile ist, ich hab... Ich hab grad so ein Drittel von dem, was noch in meiner Flasche ist getrunken. Das war einfach so schlimm. Leute, ihr müsst... Ihr müsst wissen... YouTube hat mein Leben zerstört. Leute, ihr müsst wissen, ich hab ungefähr vor... einer Stunde oder so gegessen. Wir haben Pizza bestellt. Und ich hab halt so richtig viel Cola getrunken. Jetzt mach ich diese Scheiß-Challenge und trinke hier noch so... Mann, jetzt muss ich gleich schon wieder ein scheiß halbes Glas trinken. Ich bring mich einfach gleich selber in diesen Scheiß-Spiel um. Vor allem gut, dass ich ein halbes Glas gesagt hab, nicht ein ganzes. Alter, wir würden verrecken. Tu's für die Zuschauer und hör auf zu singen. Bitte. Danke. Ja, genau. Ich hab auf 16 Chunks erstmal auf. Alles klar, diese dezenten Hits. Alles klar. Junge, was geben die... Waaah. Ho, lol. Ich hab... Ich hab beide. Easy. Nein, scheiße. Nochmal ein ganzes Glas. Ich hasse mich. Wie viel musst du jetzt wegen... Meine Flasche ist einfach schon fast leer. Ich hab 5 Kills gerade gemacht. Ich hab... Ich hab so eine Seite offen. Da kannst du einfach... Der muss drauf. Ich bin unten. Hilfe. Hier kommen einfach 3 Teams, die einfach voll Iron oder so sind. Hast du eigentlich gehört, dass ich runtergefallen und Hilfe brauche? Nee, oder? Nee, hab ich nicht. Das sink ich erstmal in mein Scheiß-Wasser. Okay. Tu das. Oh, easy. Der ist halt so richtig... Der fühlt sich richtig krass und da muss er wieder alles ausprobieren. So gerade fühl ich mich. Aha. Ist geil, oder? Leute, ich hab grad so hart abgestoppt. Scheiße, ich hab keine Blöcke. Scheiße, ich hab meine EP weggeschmissen. Scheiße, ich hab den Arsch. Ah! Alter. Ich bin so überschrachen! Oh, fuck. Scheiße, Alter. Scheiße. Scheiße. Oh. Du bist so tot. Der fällt auch gleich runter, ne? Der eine ist schon tot. Als ob das so viel Damage gemacht hat, das TNT vorhin. Oh, ich hasse ihn, ne? Wenn der mich jetzt kommt, ne? Nein, er hat Firespect. Was ist denn mit ihm? Loll. Diese Skill. Äh, Loll, ich muss auch noch drei Gläser Wasser gerade trinken, fällt auf. Ja, moin. Achso, du trinkst halt. Achso, du trinkst halt. Achso, du trinkst halt. Achso, du trinkst halt. Also irgendwie kriegt das gerade falsch, was du machst. Junge, mir geht's grad so beschissen. Mein Bauch tut so weit weh. Mein Mund fühlt sich so an, als wäre 20 mal die Zähne geputzt worden. Alter. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Huiiii. Oh! John Cena, MLG! MLG! MLG King of the Stitzelord! On the Stitzelord! Alles klar. Du denkst grad auch nur so, achso. Ich denk mir nur so, what? Dieser scheiß Depp hat ne Angel. Ich hasse solche Leute. Dieser scheiß Depp hat ne Angel. Jan 14 mag keine Angeln. Ja, mag ich auch nicht. Ich mag generell keine. Mensch. Das ist einfach jetzt. Ihr habt einfach die Insel gew- Ja. Wir sind echt schlau. Beide denken genau gleich. Wie scheiße ist das eigentlich, was ihr da macht? Was? Ich lass mich nicht ausdrücken von dem. Wir denken uns beide grad zu der Hirnzeit. Nein, ich lass mich nicht von dem anderen ausspielen. Ich hasse ihn, ne? Geil. Aber was denn? Du ist schon decent scheiße. Manchmal. Wenn ich verbrannt bin. Und ich mit 10 Liter Wasser im Bauch hab. Oh, Alter! MLG. Des Todes. Ich werd so safe sterben. Oh! Er ist unter dir, er ist unter dir. Ich seh's, ich seh's. Ich muss hier weg. Schlag ihn weg, schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn! Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Er hat low ground. Nein, scheiße! 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 Alter, jetzt muss ich noch mal einen scheiß Schluck Wasser trinken. Das ist jetzt der letzte. Juck mich nicht. Das ist das Video auch nicht. Deine Mutter ist so arm, dass sogar die Enten sie mit Brut bewerfen. Ha. Ha. Also Leute, ähm. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Und vor allem von dieser Comedy Scheiße Metal of Frost. Dann lasst mal ein Like da. Und schreibt es in die Kommentare. Und abonniert mich auf jeden Fall sehr gerne. Ja. Das wird jetzt hier irgendwo ein Video sein als Infokarte. Gut. Äh. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Oh Mann, Alter. Mir geht den Scheiße gerade. Ja. Ja. Ja.